hallo und herzlich willkommen bei RettoCampbell. Ich bin heute auf Diagnose entwickelt und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Viel Spaß! ok und da sind wir wieder starten das war schon sehr lange nicht mehr gespielter spielen kostenlos gut dann würde ich mal sagen ich mache erstmal hier Geschenke 10.8 ist heute achso noch mal heute gut gut ok 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 und sammeln zack hier haben wir erst mal diesen Monat online weiter geht es was haben wir noch hier die große Truhe das ist auch neu Raid kämpfen kämpfen nee das ist nicht neu ich verdammel schon weiter hier das kenne ich auch genau hier sind die Quiste warte mal hier sind die Quests also das ist da oben die Dailies Quest und das die normalen Quest ok hier gibt es noch ein Geschenk noch mal Geschenke Luftschiff da gibt es auch noch ein Geschenk ach jo ich brauche 10 Schlüsse abholen dann starten wir mal gehen hier ach da geht nicht 6 Minuten starten automatik starten das ist auch noch mal 6 Minuten starten automatik starten und mehr Leute habe ich glaube ich gar nicht ich hatte mal mehr ja aber irgendwie war ja mein Account weg gewesen damals damals oder? kann man mal sagen 10 Schlüsse brauche ich 10 Schlüsse ich glaube das hat gar nichts gebracht ich habe 10 Schlüsse ich glaube das hat gar nichts gebracht ich müsste dann noch mal Geld bezahlen was glauben noch mal reingehen gucke ne das ist falsch falsch hier auch falsch perfekt zack hier war das genau ich brauche hier 5 Euro aktivieren und 10 Schlüsse irgendwie war das also ich brauche doch nicht die 10 Schlüsse verbessern Sie ein Skin eines beliebigen Helden Mama Skin Stärke war das hier soweit ich weiß genau besiege alle Bosse in fremden Land ob ich das schaffe ich weiß es nicht und da habe ich nur ein auf automatisch schnellkampf geht damit ok schnellkampf geht damit ok 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 es könnte knapp werden sieht aber gut aus eigentlich oder es wird wirklich knapp ich glaube aber ich verliere ja doch ich verliere und er hat nur noch ein Viertel Energie das ist ein bisschen mehr gestern hat er auch ein Viertel ganz knapp aber ich schaffe es nicht ne da sag ich also ich musste alle Bosse besiegen besiege alle Bosse im fremden Land da brauche ich die anderen beiden gar nichts zu machen gut dann geht es weiter beginne vier Expedition zwei habe ich schon muss ich warten bis sie fertig sind verbessern einmal ein beliebiges Artefakt wenn ich es verbessern kann das kann ich hier nicht machen das müsst ihr erreichen ne genau geht nicht geht nicht verbessere das geschenkte Elemente ein Level ok 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 Schauen. Mindestens 13. Welchen Klang immer denn hier? Aber c'est bon? Asgard 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 Komm, die Angel ist alleine Okay Okay Beschworen Noch ein Beschwören Noch ein Beschwören Hallo So Noch ein Noch ein Beschwören Okay Okay, das war's Okay Ne Ne Verbesser Um Ein Level Okay Zack Um ein Level Verbessert Ich hoffe das war's Jawohl Sammle 75 Liter Ach Das war mit den Elementenkämpfen Ja Genau 75 Brauche ich nur Weil ich das das erste Mal gespielt habe, bin ich so weit vorgerannt wie es ging Und dann kann ich am nächsten Tag nicht mehr weiter Deswegen werde ich nur 75 Gekämpft machen Auch noch gekriegt oder nicht Hm Otto Otto Das Problem ist Wenn ich heute mit den Riesen spiele Er heilt sich und nicht mehr auf Also Die Gesundheit bleibt immer so schwach Wie sie ist Vom V-Kampf Zwölf Zwölf Zunkampf Was ist das? Some couch. Fuck. Nice. 36 mal ein bisschen so, komm ob ich die 75 heute zusammenkriege jawohl ja, gleich habe ich es geschafft zum kampf zum kampf los jetzt los die die du wie weit war ich 60 für noch ganz bisschen es darf nur die frau spielen das wird schwer das wird ganz schwer und noch ein kampf das ist für wir alle kämpfen das ist gut euer elementar hat kein ehem mehr schieß doch einmal nein das kann doch nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ach je total verbessern sie habe ich gerade hier verbessert silver ist jetzt level 6 er ist jetzt level 5 ich hätte noch einmal kämpfen müssen aber ich könnte vielleicht noch kämpfen ich habe ja ein ding ins gekriegt hier eine kugel wenn ich beschwöre und da kommt ein geschwörungs ich habe nicht genug beschwörend ich habe nicht genug beschwörend dann hätte ich die quest fertig ok ich muss aussuchen zwei davon zwei rote und einmal blau ok 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 ich kann nicht beschweren leider nicht ach da steht ich dachte ich hätte gut dann geht es weiter mit der nächsten quest was haben wir noch hier geht nicht geht nicht woher sind die schulen bis zurück die sind fertig sammeln und sammeln fertig ok bei denen jetzt auch fertig da komme ich weiter nein geht auch nicht weiter strecke die straßen oder wieder einmal ein kampf schwerer gegner ich brauche 9000 ich bin 6766 stark das wird bisschen schwierig vielleicht schaffe ich das ja trotzdem mit 6766 bis lange sieht das ganz gut aus ich habe ja eine heilerin dabei ok ok perfekt und da steht schwer ok geht nix geht nix 100 energie machen wir gleich öffne eine truhe im fremden land ok jetzt muss ich bin ich doch wieder hier nehmen wir den hier da sind alle kämpfer dabei ein weiter wo kann ich die öffnen ohne diamanten ich brauche ich brauche diamanten dafür Mist nach dem ersten kampf ist die truhe einmal umsonst und danach kostet sie immer diamanten wenn man es eröffnen möchte mit mit gemüt mit mit der eine Minute habe ich noch eine Zeit, die Schöpfung ist das überschraubt wohl doch das könnte ich noch schaffen es wird knapp jawohl aber knapp kosten fertig da ist die quest jetzt soll ich 3 Truen öffnen vielleicht später nochmal Werbung anschauen öffne eine Truhe in den Turm jetzt müssen wir mal zum Turm gehen meistens mal 3 Kämpfe es hat Ruhe ich meine 3 Kämpfe werden es okay okay das ist Ich komme jetzt. Jetzt kann ich mit den anderen noch mal kämpfen, die sind für heute tot in den Turm. Ich weiß nicht. Er hat wenigstens schon die halbe Energie weg. Er holt es geschafft. Ich zeige noch etwas aussuchen und danach kommt die Truhe. Ich nehme nichts davon. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Schauen wir mal. Also die Quest habe ich auch nicht geschafft. Gut. Also die Quest könnte ich noch schaffen, indem ich einfach zwei mal die Bosse. Wahrscheinlich könnte ich die noch schaffen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Die Truhe schaffe ich schon mal nicht. Erfahrung. Ein Trank benutzen. Haben wir gemacht. Gildenpunkte. Tauschschutzmarkt. Das ist auch gut. Einmal drin reicht. Hab genug Gold. Okay. Jetzt noch zweimal tauschen. Und jetzt nochmal. Und dann. Ach schon wieder. Okay. Nein, nein, nein. Das kann ich später noch benutzen. Nein. Das sind Gildensachen. Schließe 3 heroische Missionen ab. Jetzt kommt das, wo ich sagte, mich später benutzen. Hier fehlt ein Sterbdach. Erst mal schauen. Noch mal zurückgehen. Habe ich den? Ja, die habe ich glaube ich noch nicht. Ich schaue mal kurz auf Schlachtzug. Ne, die habe ich noch nicht. Dann nehme ich die 5 schlechtesten, damit die sich weiterentwickeln und greife dann an. Die anderen 2 Kämpfe mache ich dann wahrscheinlich mit Raid. Also mit Vorsprung. Nichts gekriegt. Raid. Einmal kriege ich die Beute. Dann haben wir den oben fertig. Das muss ich noch zehnmal, siebenmal verbessern. Fähigkeit des Helden. Machen wir das erst. Fähigkeit des Helden verbessern. Oh, nicht so weit runter geworden. Die Fähigkeit des Helden. Dreimal war das. Eins, zwei, drei. Und jetzt muss ich noch siebenmal einen anderen Kampf machen. Das will ich jetzt so machen. Ich gehe zu den Helden hin. Schau, was dem fehlt. Also sprich, ich gehe mal beim letzten hin. Damit ich so alles ziemlich gleichmäßig aufleveln kann. Drücke drauf. Ich brauche das hier. Und wir gehen dahin. Eins. Warte mal, mach mal was mit Raid. Eins. Zwei. Drei. Vier. Habe ich nicht mehr. Mist. Mann, das war jetzt okay. Go, 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 go. Fuck. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Individ Chocolate-Anthalten-Ein. Zwei. Ich bin. Abwech, die 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 Werden kann. Ich bin. Fähigkeit des Helden. Man. Ich bin. Ich bin. Wie? immer noch nicht stark und danach noch einmal dann habe ich die quest auffällig es ist nervig dass man da jemand drauf drücken muss auf Automat weiter geht's bitte lass den Speer jetzt dabei sein schön immer noch nicht ach Mensch einen Versuch habe ich ja noch eigentlich könnte ich nur öfter spielen aber um die Quest abzuschließen habe ich noch einen Versuch ich bin ich bin ich bin ich bin ne der sperr war nicht dabei leider leider nicht dann wenn wir jetzt die sachen alle vergeben die ja da sind um die anderen ein bisschen stärker zu machen ok das war es gut und wieder besiege alle bussen vom land 3 tun können wir gleich probieren das schaffe ich auch nicht dafür noch energie in der arena schauen wir mal an wir wechseln erst mal das themen so dass meine neuen stärksten meine kraft der 6900 ich würde den glaube ich besiegen können dreimal war es ne arena oh hier gibt es keine automatik ich muss selber drücken oder das sieht doch automatisch schauen wir mal kurz ok das ist alles automatisch das sieht schlecht für mich aus das wird ganz knapp wirklich mal wieder knapp ich habe 4 er hat noch 3 ok ich habe noch 2 er hat 3 niederlage gut dann kommt der nächste das wird auch ne liderlage wenn aber nicht schlimm es war ärgerlich wenn man verliert aber man kann ja nicht immer aber man kann immer verlieren ja ok den berg besiegt den berg jetzt besiegt bestimmt das wird ein sieg das wird ein sieg ich spüre es deine tankpannet schon doch oh nice das sieht doch mal richtig gut aus für mich jetzt bei mir leben noch einfach alle oh nice das waren jetzt die drei kämpfe zack drei truhen hole ich mir nicht oder das sind 30 eps ich probiere den hier mal anzugreifen das sind 30 eps die runde ist nur für fernkämpfer die runde ist nur für fernkämpfer oder auch nicht nach dem meinte ich zu früh die runde ihr die runde du hast auch die runde Genau so sehe ich die Spinne gerne. Top. Nicht alle, aber diese Spinne. Den werde ich nicht schaffen. Den schaffe ich nicht. Ne. Haben wir vorhin schon mal probiert. Hat er sich in einer Hinsicht verbessert? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat sich nicht verbessert. Aber es war minimal. Ich weiß nicht. Habe ich ihm was gegeben? Habe ich dann auch noch was aufgewertet bei ihm? Ich hoffe, ich habe bei dem was aufgewertet. Oder ich werte gleich noch mal was bei ihm auf. Wenn er jetzt nicht gewinnen sollte. Was soll ich bei ihm aufwärtet? Alles einmal? Seine Fähigkeit. Sein Level. Das wird wieder nichts. Ich bin schon fast down. Komm schon. Das schaffst du jetzt. Ein Schlag noch los. Ach nee. Das klingt doch nicht. Ähm. So. Ich gehe mal was hin hin. Ich werte mal alles um ein Level weiter auf. Ich habe jetzt 2, ich brauche 20, das schaffe ich sowieso nicht. Wolf, warte mal. Get ready now. Nee. Ich gehe nicht. Auf wie farbe ich dann die 100 Energie? auch voll fertig es war auch 28 punkte die ich bräuchte ein angriff ist glaube ich 10 ok eine amme ist dabei wie die sich gefreut haben war witzig weiter gehts das ist schon ein guter noch mal ein Puzzleteil dabei der letzte Angriff 2 1 2 2 2 3 okay könnte noch lieber ein teil holen hier wenn wir die finden das war noch mal ein bisschen stärker schnitz, schnitz, schnitz ok ja gut Woaah! Hallo. Haben wir den hier. So. Den schaffen wir aber. Schwert sei dabei. Go, go, go! So. 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 Give me an. So. So. gut das Schwert ist dabei so ausrüsten und dann noch die Axt ach nochmal das Schwert ok dann noch mal automatik das hier da boah fast eine Stunde da 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 bitte schade ich brauche das Ja, okay. Zubi. Ja, das Schwert ist dabei. Gut, dann können wir einmal herstellen. Ausrüsten und Befördern. Aber das hier noch mal zum Ausrüsten und den noch mal aufläppig hier. Jetzt muss es aber klappen. Jetzt muss es klappen. Bislang sie ist... Ja... Ja... Jetzt ist er warm halt. Er hat noch ein Viertel, ein Drittel mit seinem Viertel. Daumen ist er. Endlich! Öffne die Truhe. Was ist los? Oh! Schaff ich auch nicht. Da müsste ich dann... ...irgendwas machen. Oder das. Oder was anderes. Entschuldigung, mal schnell nach den Geschenken, die ich gekriegt habe. Alle sammeln. Alle sammeln. Wo ist es unterschiedlich? Welcher Charakter? Welcher Charakter? Ich meine es unterschiedlich. Ich werde es ja gleich sehen. Anspruch, 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 anspruch. Oh, sonst ein bisschen fehlt da. Dann habe ich hier noch. Öffnen. Öffnen. Öffnen 13 mal. Ich öffne das hier viermal. Und das öffne ich viermal. Ich habe ja den blauen einmal weniger gemacht. Deswegen kommt er jetzt mit fünfmal dran. Perfekt. Dann haben wir noch diese Truhe. Okay. Und diese Truhe ist da drin. Oh. Some level. Habe ich hier noch eine Quest. Okay. Held. Ja. Just me. Beschwörung. Befördern gehe ich auch nicht. Ich muss erstmal Level abhaben. So. Ach. Mal fünfmal. Ich dachte auf vier wäre das gewesen. Drei und vier. Mal drei und fünf. Ah. Jetzt. Ausrüsten. 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 Fertig. Fertig. Ausrüsten. fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn auch beim nächsten beiseite bis dann viel spaß und